Jan Hofer nimmt nach 35 Jahren Abschied von der Tagesschau. Machen Sie es gut, hat er am Ende seiner letzten Tagesschau gesagt und nun geht er nach 35 Jahren als Tagesschau-Nachrichtensprecher im Alter von 68 Jahren in den Ruhestand. Und was kommt nun? Das ist die Frage, die sich so einige stellen, wenn sie plötzlich die Erfahrung machen müssen, dass der Alltag nun nur eine andere ist. Man sagt es uns Harley-Fahrern ja immer nach, dass wir überwiegend alte Säcke sind und es kommt kein Nachwuchs mehr nach. Irgendwann sind wir in der Tat so weit gealtert und plötzlich steht eine komplett neue Lebensplanung vor ein. Allerdings vergisst man immer, dass in den letzten Jahren viele Frauen das Harley-Fahren für sich entdeckt haben und dazu muss man bedenken, dass wir Harley-Fahrer uns in einem preislich anspruchsvollen Segment bewegen. Und gerade im entsprechenden Alter finden am Ende ebenfalls viele Motorradfahrer von anderen Herstellern den Weg zur Marke Harley-Davidson. Und was macht Jan Hofer jetzt? Was soll er machen wollen? Er ist jetzt Rentner und kann in den Tag hineinleben. In einem Interview der Tagesschau hat er erwähnt, dass er darüber nachdenkt, einen Podcast zu machen. Der Hamburger hat jedenfalls seine Krawatte jetzt abgelegt. Dieses unwichtige Ding hat ihn sowieso immer nur verfolgt und nun könnte er die legere Harley-Klamotte wieder rausholen, zumindest wenn die Temperaturen im Frühjahr wieder steigen. Klar, er ist jetzt nicht der vollblutige Harley-Biker, aber wenn er denn mal Zeit hat, macht es ihm Spaß, wie er mir auf den Hamburg Harley-Days mal verraten hat. Harley-Davidson bietet einem ja viel, zumindest wenn die Welt im normalen Modus läuft und es zeigt durchaus, wie gut es ist, schon rechtzeitig mit dem Harley-Fahren angefangen zu sein oder rechtzeitig für entsprechende andere Hobbys gesorgt zu haben. Jan Hofer fährt gerne Harley-Davidson und so konnten wir ihn bereits zweimal bei der Parade auf den Hamburg Harley-Days mitfahren sehen. Cool, mit dem Jethelm in Stars and Stripes Farben auf dem Bock unterwegs ist er keineswegs der biedere Typ, was man sonst denken könnte. Wünschen wir ihm alles Gute für den Ruhestand und die weitere Zukunft. Vielleicht sehen wir ihn in den nächsten Jahren öfter auf einem der hoffentlich wieder stattfindenden Harley-Events. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.